Ja liebe Freunde, danke fürs dabei sein zu unserem zweiten Let's Play zum Start hier. Ich habe ja schon gesagt, dass ich ein zweites Projekt machen möchte, habe das auch schon länger angekündigt und ja jetzt ist es endlich soweit und ihr habt ja schon gesehen, mit welchem Verein wir heute beginnen werden. Ich habe mich tatsächlich für Schalke entschieden und die Gründe dafür sind ja sehr sehr vielseitig. Ich habe ja jetzt schon länger das Bedürfnis, endlich mal wieder in Deutschland zu trainieren, das ist jetzt ja schon ein bisschen her und ja das war auf jeden Fall ein Wunsch von mir und dann habe ich echt überlegt, welchen Verein ich nehmen könnte. Schalke spielt schon seit Jahren irgendwie so ein bisschen eine Rolle in meinem Hinterkopf für den FM, weil er einfach für einen Klub, der eigentlich, finde ich zumindest, in die internationalen Plätze gehört, in der zweiten Liga so zu versauern und jetzt ist es ja noch krasser irgendwie, dass sie sogar da in Richtung Tabellenende unterwegs sind oder zumindest auch in akuter Abstiegsgefahr sind, in den echt, dadurch habe ich mich jetzt für Schalke entschieden. Ich möchte Schalke komplett sanieren, ich möchte Schalke komplett auf gesunde Beine stellen und die Aufgabe wird alles andere als einfach. Ich habe es mir schon ein bisschen angesehen, ich habe mal ein bisschen reingeschaut. Ja, ich glaube, dass das eine Marmutaufgabe wird. Es kann natürlich sein, dass wir bei dieser Aufgabe scheitern, das soll auch dazugehören im FM, dann haben wir halt einfach ein nettes Jahr hier und werden dann wahrscheinlich irgendwann entlassen und ja, haben wir schöne Zeit gehabt, aber wenn nicht, dann hoffe ich natürlich, dass wir es schaffen, diesen Verein endlich wieder nach oben zu bringen, wo er hingehört. Ja, ich hoffe, dass es euch gefällt, aber ich glaube, der Wunsch nach Schalke war in den Kommentaren immer wieder laut und ja, nach Deutschland zurückzukennen ist für mich halt auch eine coole Geschichte, weil ich habe den deutschen Fußball viel zu wenig verfolgt eigentlich in den letzten Jahren, muss ich sagen. Also ich habe natürlich Ergebnisse und so weiter mitbekommen, aber ich habe, ich glaube, echt kaum Spiele gesehen irgendwie, wenn dann nur die internationalen Partien der deutschen Klubs und deswegen freue ich mich einfach schon sehr darauf. Und ja, zweite Liga ist sowieso immer cool, bin ich sowieso großer Fan davon. Also würde ich sagen, steigen wir jetzt einfach mal ein als Trainer vom FC Schalke 04. Und ja, es wird eine Marmutaufgabe, aber ich freue mich drauf. So, also, wir starten und werden jetzt einfach mal das Spiel anlegen. Ganz wichtig ist mir, dass wir auch die dritte Liga dazu packen. Die könnte natürlich praktisch sein zum Spieler verleihen, zum Spieler verpflichten, zum vielleicht auch zweite Mannschaft in die dritte Liga bringen irgendwann mal, wer weiß. Dann würde ich sagen, England zweite Liga, Italien zweite, Österreich nehme ich auch, zwei ist ja egal, und Spanien zwei. Und dann schauen wir, was wir hier generell noch so dazunehmen, oder gehen wir mal die Länder zuerst noch durch, machen wir so. Also, ich persönlich würde mal auf jeden Fall Belgien dazunehmen, Frankreich, die Niederlande, Portugal, die Türkei, die Schweiz. Und jetzt ist die Frage, was man sonst so noch so von vermeintlich kleineren Ligen mitnimmt. Und Dänemark könnte ganz interessant sein für Talente, Kroatien auf jeden Fall auch, Norwegen für Talente sicherlich ganz cool. Weiß nicht, ob Schottland oder Schweden, Serbien ist für Talente auch immer wieder super, aber die spawnen ja so eigentlich auch. Ich glaube, dass ich das hier mal so belasse, wir werden Argentinien und Brasilien dazunehmen. Und dann schauen wir mal, dann sind wir hier schon auf eineinhalb Sternen unten, das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen einschränken, weil sonst, ich habe zwar einen relativ starken Rechner, aber das ist anscheinend für das Spiel einfach zu viel. Gehen wir hier mal auf erste Liga, hier auf erste Liga in Belgien, Brasilien erste, Dänemark erste, dann haben wir schon zwei Sterne. So, Frankreich zweite, dann haben wir Kroatien erste, Niederlande erste, Norwegen erste, Portugal, Schweiz und Türkei auch erste Liga. Dann sind wir hier bei zwei Sternen, damit kann ich eigentlich schon relativ gut leben. Wir können die Datenbankgröße hier generell noch auf groß stellen, macht jetzt aber nicht mehr so viel Unterschied, deswegen bleibe ich hier auf Mittel und auf zwei Sternen. So, dann ist die Frage, wann wir starten. Die Saison geht anscheinend am 24.07. in der zweiten Bundesliga los. Frühe Vorbereitung würde ich ehrlich gesagt am besten finden, dann haben wir wirklich einen Monat Zeit, um ganz in Ruhe alles vorzubereiten. Vom Spielmodus her habe ich mich auf Original festgelegt, das heißt, dass die Kader quasi zu Spielbeginn schon auf dem aktuellsten Stand sind, auch wenn da viele Spiele in echt vielleicht noch nicht gewechselt sind und das Transferfenster ist dann auch offen. Das heißt, wir können dann in erster Linie wahrscheinlich Spieler verkaufen, weil wir werden auf jeden Fall auch Geld brauchen. Aber warum das dann tricky wird, das zeige ich euch dann gleich nochmal kurz im Anschluss. So, den Rest überlasse ich hier komplett, also lasse ich hier so Standard und dann gehen wir auf Spiel starten. Ich habe mir auch die Härte angeschaut, das kann ich ja jetzt verraten. Ich habe mir dann aber gedacht, ich weiß nicht, Schalke ist irgendwie, finde ich, polarisiert einfach ein bisschen mehr. Und was ich so gesehen habe, ist es auch so ein bisschen schwieriger, was die erste Mannschaft angeht und die Saisonziele, weil bei Schalke wird der direkte Wiederaufstieg erwartet und ich glaube bei Hertha nur das Tabellenmittelfeld. Dementsprechend kann man bei Hertha vielleicht ein bisschen gemütlicher reinkommen in die ganze Geschichte. Aber schauen wir mal, was wird. Es gibt bei Schalke, was ich auf jeden Fall gesehen habe, natürlich super Talente in der zweiten, beziehungsweise in der Jugend. Uwe Droge und so und Co. Da sind schon ein paar richtig spannende Spieler dabei. Und auf die müssen wir dann auch setzen. Zum einen natürlich, weil wir kein Geld haben, um da groß einzukaufen. Zum anderen, weil wir die dann auch aufbauen müssen, um sie dann gewinnbringend zu verkaufen. Auch das wird natürlich eine Rolle spielen bei diesem Spielstand. Die Schulden sind gigantisch. Wir schauen uns jetzt eh gleich alles in Ruhe an. Aber ja, das lasse ich jetzt hier mal alles einfach so eingestellt, wie es ist. Wir gehen hier einfach auf die Empfehlung für Schalke. Und das ist eigentlich auch so meine Standardeinstellung. Deswegen bestätige ich die. So, und da sind wir schon. Schalke hat die Anstellung von Philipp Fußballwelt als Cheftrainer bekannt gegeben. So, und da sehen wir Medientipp Platz 1. Das ist grundsätzlich schon mal gut, weil wir ja auch sehr, sehr ehrgeizige Ziele haben mit dem direkten Wiederaufstieg. Aber das Schwierige bei der Aufstiegssituation ist ja die, dass der Kader dann ja auch stark genug sein muss, die Klasse zu halten. Weil es hilft nichts, wenn du aufsteckst und im nächsten Jahr wieder runterrasselst. Das heißt, das wird eine große Herausforderung für uns sein. Hier sehen wir sonst noch letzte Saison natürlich der Abstieg. Dann sehen wir ja auch die Vereinshistorie mit vielen Titeln. Das ist schon sehr beeindruckend. Siebenmal deutscher Meister, zehnmal zweiter Euroleague 97, fünffacher Gewinner des DFB-Pokals. Also da ist schon was da an Potenzial und an Geschichte. Wir sehen natürlich auch das sensationelle Stadion. Und das ist dann die Mannschaft, mit der zu rechnen ist. Und wir sehen hier anscheinend auch, dass sie mit einer Fünferkette spielen. Jetzt ist die Frage, ob wir das auch machen werden. Weil ich habe ja überlegt, in unserem Sampdoria Genua Safe mit Fünferkette jetzt ab Sommer zu spielen. Und dementsprechend ist die Frage, ob wir bei beiden Vereinen die gleiche Taktiken haben wollen oder nicht. Gut. Die Kultur. In Deutschland ansässige Spieler verpflichten, deutsche Spieler verpflichten und Nachwuchs fördern. Das ist alles auf Mittel. Ganz wichtige Pflicht ist, das Gehaltsbudget einzuhalten und eine ausgeglichene Transferbilanz. Ausgeglichene Transferbilanz heißt in dem Fall nur, dass ich ja das ausgebe, was ich wieder einnehme, würde ich jetzt mal vermuten. So, und dann haben wir hier direkt das Ziel. Der Aufstieg, konkurrenzfähig im DFB-Pokal und darauf hinarbeiten, dass der Verein sich selbst trägt. Das heißt, das ist auch wirklich eins der Ziele, dass wir hier hinten sehen, als selbsttragend werden. 20, 27, 28, dass der Verein bis dahin finanziell saniert ist. Coole Geschichte eigentlich. Dann sehen wir die Fankultur. Die fordern auch den direkten Aufstieg. Natürlich konkurrenzfähig sein gegen Borussia Dortmund. Das ist auch Pflicht durch die Rivalität. Und Nachwuchs fördern. So, Pressekonferenz setzen wir auf jeden Fall an. Internes Testspiel gehe ich mal auf Nein und Treffen mit dem Mitarbeiterstab mache ich ja eigentlich nie. Die werden wir dann gleich mal abdrehen. So, da habe ich ja schon mal reingeschrieben. Da sind noch ein paar Safe Games. Noch ein bisschen was auf Lager. Da habe ich schon mal reingeschaut, also werde ich das jetzt einfach gleich mal überspeichern. Und dann legen wir los. Schöne Trikots. Sind ja auch die Farbe vom dritten Trikot ziemlich geil, muss ich sagen. Dann gehen wir hier mal auf Allgemein und da sehen wir eigentlich den Niedergang von Schalke. Richtig, richtig gut sogar. Also wir sehen hier dann noch zweite Plätze. Hier sind sie ja auch nochmal Vizemeister geworden. Aber dann ging es halt nach unten. 14, 12, Abstieg, Aufstieg, Abstieg. Das heißt hier so Fahrstuhlklub und da muss man halt schauen. Zum einen natürlich, dass wir überhaupt den Aufstieg schaffen. Aber zum anderen, dass wir es auch wirklich schaffen, sie dann oben zu halten und zu etablieren. Und wenn wir es dann schaffen, einen Mittelfeldplatz zu kriegen und uns schon langsam in Richtung internationale Plätze vortasten, dann wäre das natürlich optimal. Die Einrichtungen, die Arena, die Felddienstarena ist natürlich sowieso ein Traum. Möchte ich auch unbedingt mal hin. Dann sehen wir, Businessbereich gehört ausgebaut. Der Rest ist relativ gut. Wir werden jetzt nicht das Geld haben, um irgendwas auszubauen, aber allgemein sieht es schon absolut in Ordnung aus, finde ich. Also das ist auf jeden Fall schon mal, da ist schon Potenzial da. Das Kritische ist jetzt die Finanzen. Wir haben einen Kontostand von 116 Millionen, aber im Minus. Das ist brutal. Ich glaube, dass das jetzt echt der größte Schuldenstand ist, den ich bisher so gesehen habe. Zumindest auch auf dem Konto. Schauen wir mal, ob das sonst noch. Okay, ja. Also eine Nettoverschuldung haben wir insgesamt von 181 Millionen. Hier sind nämlich auch noch 65 Millionen Bankdarlehen offen. Zu diesen 116, die wir im Minus sind auf dem Konto. Also alles in allem ist die Ausgangssituation eigentlich eine Katastrophe. Deswegen freue ich mich drauf. So, Scouting, da sehen wir gleich mal das Budget. 500.000 Transferbudget und Gehalt 1,3. Das heißt, da sieht man auch, da ist eigentlich noch ein bisschen Spielraum. Müssen wir schauen, ob wir den ausnutzen, ob wir ihn ausnutzen müssen oder ob der Kader so schon stark genug ist. Wir haben ja schon gesehen, Medientipp Platz 1. Das heißt, rein theoretisch sollte genug Qualität im Kader sein. So, was machen wir ein schönes? Ich würde sagen, wir machen mal als erstes die Aufgaben. Die werden mal ganz wichtig. Gehen wir mal hier durch. Das ist sowieso alles klar. Mitarbeiter übernehme ich natürlich alles. Weil wir müssen da auf jeden Cent achten und wenn die dann irgendwelche schlechten Mitarbeiter verpflichten für die zweite Mannschaft, die kein Mensch braucht oder so, dann habe ich ehrlich gesagt echt keine Lust drauf. Ratschläge und Berichte. Da sehen wir eigentlich eh, das ist eh Standard im Endeffekt. Dann gehen wir auf Scouting. Scouting-Meeting, da werde ich jetzt die Scouting-Meetings selbst leiten, habe ich mir gedacht, damit wir einfach vom Scouting ein bisschen mehr mitbekommen, dann müssen wir halt mal in den Parts zwischendurch 20, 30 Scout-Berichte durchschauen. Aber ich glaube, dass das einfach Sinn macht. Vielleicht mache ich das auch im anderen Let's Play wieder, dann kommen wir halt ein bisschen langsamer voran. Aber ich glaube, dass das einfach ein bisschen besser zu sehen ist. Transfers mache ich alles. Verträge mache ich natürlich auch alles. Und dann haben wir hier, wobei das brauchen wir eigentlich nicht wichtiges Mal, dass wir die Einsatzzeiten auf Stammspieler stellen, wenn wir jemanden verleihen und mindestens 100% Gehalt fordern. Das ist mal wichtig. Darf auch für ihre Reserve auflaufen, würde ich anhaken, weil dann kriegen sie wenigstens vielleicht in einer zweiten, dritten Liga, wo auch immer wir hinleihen, Spielpraxis. Medien habe ich gar keinen Bock drauf, können dann die Assistenten übernehmen. Mannschaftstraining übergebe ich ja grundsätzlich auch, da greife ich ja immer nur ein, wenn ich irgendwas sehe oder mir irgendwas nicht passt. Taktik mache ich ja grundsätzlich selbst, aber eben beraten bzw. Gegneranweisungen kann gerne der Assistent machen. Der Haken ist sowieso der wichtigste, dass die Mitarbeiter die Testspiele vereinbaren, muss man unbedingt rausnehmen, das nervt wahnsinnig. Und Standardsituationen soll auch dann der Standardtrainer machen. Soweit, so gut. Da ist jetzt also mal alles eingestellt. Was machen wir als nächstes? Schauen wir gleich auf die Mannschaft. Schauen wir auf die Mannschaft. Was mir bei Schalke aufgefallen ist, ist, dass es von der Altersstruktur her so ist, dass man zwar viele junge Talente hat, aber generell ist die Mannschaft sehr erfahren. Das kann natürlich gut sein in der zweiten Liga, andererseits muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn du mit der Mannschaft aufsteigst, du musst die massiv umbauen. Und das Problem ist nämlich auch, dass viele der Leistungsträger schon relativ alt sind, also viele in der Stammelf. Da müssen wir halt wirklich überlegen, wie wir das angehen. Zu viel umzubauen ist gerade mit der Hierarchie und mit dem Mannschaftsgefüge vielleicht auch nicht so clever. Aber andererseits, wenn ein Terroler 35 Jahre alt ist und da jemand interessiert ist, dann sollte man halt schon eigentlich überlegen, den abzugeben. So ehrlich muss man auch sein. Stärkste Spieler sehen wir hier auf jeden Fall mal Baumgartler als Innenverteidiger mit 27 Jahren. Finde ich top, super alter. Auch am Ball ganz gut, mental gut. Dann im Tor Marius Müller. Finde ich auch absolut gut, mit 29 Jahren auch super. Dann haben wir Schallenberg. Defensives Mittelfeld. 24 Jahre, also ein bisschen jünger. Hat noch Potenzial, sich minimal zu verbessern. Was mir da gefällt, ist der ist gegen den Ball super. Der hat aber auch ein super Passspiel mit einem Wert von 15. Dann haben wir Paul Seguin. Der eigentlich keine großen Schwächen hat. Gute Ausdauer, den könnte man super Box zu Box spielen lassen zum Beispiel. Oder eben auch gegen den Ball. Hat aber auch ein super Passspiel. Also zentrales Mittelfeld scheint ganz gut zu sein. Dann eben Terodde. Da ist halt die Frage, ich bin grundsätzlich großer Terodde-Fan. Aber eben 35-jähriger Vertrag läuft aus. 900.000 Gehalt, muss man sich überlegen. Dann Thomas Uwejan. Offensiv, sehr spannend. Er hat einen super Flankenwert. Er kann tolle Freistöße schlagen, tolle Ecken. Das heißt, wir haben generell ja großgewachsene Stürmer. Flanken, Flügelspiel, Standardsituationen, das können so unser Ding werden. Auf der rechten Seite Cedric Brunner, der auch ganz in Ordnung ist, muss man sagen. Ist auch schon 29. Mittelsboro interessiert, da wäre ich vielleicht auch durchaus am Überlegen, den zu verkaufen. Dann Innenverteidiger Kaminski. Auch schon 31. Also da sieht man schon, das ist eben das. Steigst du jetzt, sagen wir, wir verändern nichts und wir steigen mit der Mannschaft auf. Dann sind nächstes Jahr alle ein Jahr älter. Dann wird es, glaube ich, in vielen Bereichen echt schon ein bisschen knackig. Aydin aktuell verliehen an Trabzonspor. Der würde mir eigentlich wahnsinnig gut gefallen bei uns rechts hinten. Die haben keine Kaufoption. Doch 1,4. Boah, das ist ja bitter. Das ist der ja locker wert. Ach Mist. Naja, schauen wir mal. Also vielleicht ziehen sie es eh nicht, weil der würde mir grundsätzlich extrem gefallen hier rechts hinten. Dann Madridschani. Wieder ein starker Innenverteidiger. Super Grundfitness. Nicht die beste Sprunghöhe. Nicht der beste am Ball. Aber super mentale Werte. Dann Niklas Tauer, geliehen von Mainz. Das wäre dann ein sehr guter Backup fürs zentrale Mittelfeld. Keine Kaufoption. Auch wieder einer, der mental extrem gut ist und auch super gegen den Ball arbeiten kann. Also im Mittelfeld, da haben wir schon so richtige Malocher, würde ich mal sagen. Lino Tempelmann. Auch hier wieder super mentale Werte. Zentrales Mittelfeld ist richtig top. Also Fünferkette mit drei zentralen Mittelfeldspielern würde sich schon anbieten. Tobias Mohr könnte einen sehr offensiven Linksaußenverteidiger machen. Könnte man aber auch verkaufen. Ist eh auf der Transferliste. Weil wenn man wirklich Fünferkette spielt. Ja, ich meine wie gesagt, offensiver Außenverteidiger hätte bei ihm auch was. Könnte man sich überlegen. Dann haben wir Kenan Karaman. Der ist auch Flanken 8. Ist halt ein bisschen doof. Könnte aber auch Stürmer spielen. Ist auch 1,89 groß. Dann haben wir Drexler. Wieder ein unglaublich starker natürlich fürs zentrale Mittelfeld. Brian Lassme. Boah. Also diese körperlichen Werte sind der Wahnsinn. Könnte ich mir auch sehr gut im Sturmzentrum vorstellen. Dann haben wir Merkin, Linksverteidiger. Sehr offensiver Linksverteidiger. Defensiv nicht der stärkste. Muss mal schauen. Hat noch Potenzial. Also ist jetzt sicherlich kein Achtel. Dann Sebastian Paulter. Natürlich auch richtig spannend. Finde ich auch sehr cool. Also wenn du da vorne Paulter und Terodde hast, kannst du halt echt super mit Flanken arbeiten. Dafür halt jetzt vielleicht nicht unbedingt hochpressen oder so. Dann Dani Latza. Finde ich natürlich auch cool. Also zentrales Mittelfeld ist brutal aufgestellt. Dann Ralf Fehrmann. Vier bis sechs Wochen verletzt. Da haben wir dann einen sehr, sehr guten Ersatzküper. Muss man halt auch überlegen. 1,2 Millionen für einen Ersatztorhüter als Spitzenverdiener. Ja, würde ich vielleicht auch schauen, dass wir den abgeben, dass wir auf den Müller setzen und dass wir uns dann einen günstigeren Ersatztorhüter holen. Ja, der Österreicher Leo Kreimel. Leider mit Kreuzbandriss. Ein Jahr out. Das tut wahnsinnig weh. Also nicht nur der Kreuzbandriss selbst. Der ist sicher auch schmerzhaft. Aber uns tut das natürlich weh, weil der ist eigentlich ein richtig vielversprechendes Talent. Und der hat nur einen Grundfitnesswert von 8. Das heißt, das kann sein, dass der in diesem Jahr richtig abbaut. Müssen wir beobachten. Da haben wir noch Idrissi. Je nach Taktik wäre das auch einer, der zum Beispiel sogar rechts am Außenverteidiger spielen könnte. Aber natürlich auch gut im Zentrum. Gefällt mir gut. Lassoga haben sie auch noch. Da merkt man, dass ich Schalke jetzt auch nicht wirklich verfolgt habe. Das habe ich auch nicht mitbekommen. Ja. Er verdient nicht viel. Sagen wir es mal so. Gozuki. Sehr schneller Spieler. Finde ich jetzt am Flügel ehrlich gesagt gar nicht so stark. Also gut, er kann gut dribbeln. Aber das Flankenspiel ist halt nicht so gut. Defensiv ist er ein bisschen zu schwach für die offensive Außenverteidigung. Kalasch ist ja auch krass eigentlich, wie schwach der ist. Das war immer so ein gutes Talent bei Chelsea damals noch. Und Ibrahim Assise. Junger Innenverteidiger. Auf den kann man in der zweiten Liga, finde ich, auch durchaus setzen. Kann man sich überlegen. Das wäre zumindest mal ein Spieler, der nicht knapp vor Karriereende steht, vom Alter her. Aber er hat das übertrieben ausgedrückt. Das haben wir ja ein paar junge Spieler auch. Aber da ist viel zu tun. Machen wir uns noch einen Überblick über die U19. Da haben wir diesen jungen Herren hier. Hassan Uetraogo. Wahnsinnspieler, der sich im FM immer sensationell entwickelt. Das Erste, was ich gleich mal mache, meine erste Amtstätigkeit ist, den gleich mal in die erste Mannschaft zu verschieben. Ganz klar. Aber schaut mal. Also talentemäßig, gerade die ersten hier eigentlich bis hier runter ist der Wahnsinn. Also was da Schalke an Qualität hat, das ist gigantisch. Es geht eigentlich bis hier runter. Die sind bis hier runter brauchbar. Die unteren kann man sich dann vielleicht sparen. Aber auch da muss man sagen, im Vergleich zur derzeitigen Fähigkeit sind die jetzt schon eigentlich auch auf einem richtig guten Niveau. Also Portlich könnte man einfach auch als Ersatztorhüter nehmen für die erste Mannschaft. Oder dritter Torhüter vielleicht dann. Das kann man auch machen. Dann ziehen wir auch nach oben. Ja, also da werden wir viel Freude haben. Zweite Mannschaft, schaut mal, geht es auch wieder weiter. Die haben, sind nicht in der dritten Liga. Hier, dementsprechend müssen wir schauen, was wir mit denen machen. Weil hier unten können wir uns auf jeden Fall Geld sparen. Das wäre mal ganz wichtig. Und hier oben ist halt auch wieder richtig Qualität. KK Top zum Beispiel kann es problemlos nach oben ziehen, kann es problemlos als Backup-Stürmer nehmen. Den ziehen wir auch gleich nach oben. Also der ist, da ist nicht nur der Name top, muss man sagen. Tristan Osmani, Österreicher, sehr cool. Von Rapid. Könnte auch ganz gut im Zentrum spielen. Schieben wir auch mal nach oben. Ich möchte echt auf die Jungs setzen. Dann, wen haben wir da? Hier geliehen von den Bayern. Brauchen wir halt von der Position hier leider nicht wirklich. KF 500.000. Und muss man mal schauen. Dann, Außenverteidiger. Rechtshinten kann auch links hinten spielen. Saarbrücken ist an einer Leihe interessiert. Müssen wir dann schauen, wen wir da brauchen. Links hinten haben wir auch noch. Wobei, der ist eher links vorne, was ich da so sehe. Den könnte man zum Beispiel verleihen, weil der ist links hinten nicht gut genug. Mental noch nicht gut genug. Aber hat noch Potenzial. Mache ich einfach gleich jetzt. Wenn wir schon dabei sind. Dann haben wir hier noch Steven van der Sloot. Niederländer. Auch Saarbrücken an einer Leihe interessiert. Könnte man auch durchaus wirklich abgeben. Zur Leihe. Mache ich auch gleich. Wenn wir schon dabei sind. Schadet nicht. Gehaltübernahme wäre halt wichtig. Die nehmen wir fix rein. Dann haben wir hier noch einen Tröter. Justin Hekerin. Könnte auch problemlos Nummer 2 sein. Also die Frage ist, ob man echt, ob man Fehrmann nicht wirklich versuchen abzugeben. Dass man, ups, dass man hier eher sagt, man arbeitet mit Müller als Stammkeeper, mit Potlach als super junges Talent, mit Hekerin als Backup. Und Fehrmann wird man, sobald er fit ist, abgeben. Vertrag läuft erst 2,25 aus. Ich frage mal, ob es Interesse gibt. Nein. So. Müssen wir dann noch schauen. Aber generell, also ich persönlich würde sagen, wir machen uns jetzt mal ungefähr eine Taktik. Wir werden dann mal schauen, wo wir dann noch Spieler brauchen. Die werden wir dann eventuell aus der 2. oder aus der U19 nehmen. Und dann schauen wir weiter. Hier unten habe ich es gerade übrigens noch gesehen. Michael Langer, der österreichische Torhüter. Könnte man auch problemlos als Ersatz-Torhüter spielen lassen. Also da sind sie fast ein bisschen überbesetzt. 38 Jahre alt wird wohl seine Karriere beenden. Und da unten haben wir auch noch ein paar Leute, die wir dann abgeben müssen. Okay. Soweit, so gut. Das haben wir mal. Schauen wir mal auf die Mitarbeiter. Da sehen wir, dass wir im Trainerstab extrem viel Platz frei haben. Und generell ist der Trainerstab nicht wirklich gut aufgestellt. Wir sehen hier Höchstwert in der 2. Liga. Und wir sind hier unten und Gurken hier unten rum. Das heißt, wir suchen auf jeden Fall Co-Trainer, Assistenztrainer. Wir suchen auch einen Athletiktrainer. Schauen wir einfach mal. Torwart sind wir eigentlich halbwegs gut unterwegs. Aber ich suche auch einfach mal sicherheitshalber. Dann könnten wir theoretisch noch zwei Scouts anstellen. Spieleanalyst lasse ich jetzt mal weg. Physiotherapeuten sind wichtig, gerade wegen diesen Verletzungen. Ja. Das passt auch nicht so schlecht. Gut. Wie schaut es eigentlich mit den Verträgen aus? Was läuft denn alles aus? Uwe-Jan ist blöd. Gut. Laza, Drexler, Lasoga, Terode. Dann nochmal Kaminski. Das sind die älteren Spieler, bei denen die Verträge auslaufen. Also durchaus krass, muss man sagen. Keke Top läuft der Vertrag aus. Den müssen wir gleich mal verlängern. Also auf jeden Fall. Keine Ausstiegsklausel. Gut. Dann kriegt er momentan mal keinen neuen Vertrag. Ich gebe dem sicherlich keine Ausstiegsklausel in der Höhe von 1,3 Millionen für einen höherklassigen Klub. Da würde ich dann eher noch gegen Ende vielleicht der Saison verhandeln mit ihm oder so. Das müssen wir uns anschauen. Aber das können wir auf jeden Fall mal nicht machen, weil sonst ist der sofort gleich in der ersten Transferphase weg. Uwe-Jan müssen wir eventuell auch gleich anbieten. Ich meine, den zu Geld machen wäre ja grundsätzlich auch nicht blöd, aber der ist einfach zu stark. Und vor allem vom Alter her auch interessant, kein Interesse zu verlängern. Okay. Gut. Idrissi müssen wir mal schauen. Der ist von der Stärke her eigentlich jetzt nicht so unglaublich stark. Top Top haben wir uns schon angeschaut. Osmani. Der wäre halt noch recht wichtig. Auch der möchte eine Ausstiegsklausel haben. Kriegt jetzt auch keine. Also wenn ihr da eine Idee habt, wie wir das lösen können, dass wir da die Ausstiegsklausel rauskriegen, dann wäre ich euch natürlich sehr, sehr verbunden und dankbar. Weil das wäre schon eine wichtige Geschichte, würde ich mal fast sagen. So. Gut. Ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall versuchen, Flügelspiel zu spielen. Und wir werden es mit einer Fünferkette probieren, aber sicherlich nicht so. Also ich möchte mit zwei Stürmern spielen. Und Hauptziel dieser Taktik ist halt wirklich, dass wir uns nach vor kombinieren. Und dass wir dann mit den Flügelspielern die Flanken schlagen. Und da müssen wir halt schauen, dass wir vielleicht auch aus dem Mittelfeldzentrum ein bisschen nachrücken. Das heißt, vorgeschobener Spielmacher vielleicht ein Ball oben und dann der Box-to-Box oder so irgendwas stelle ich mir vor. Müssen wir mal schauen, wie viel die dann wirklich ihre Positionen verlassen. Das könnte sonst nämlich auch ein bisschen doof werden. Dann schauen wir hier noch auf Halbraumverteidiger und einen im Rückraum. So ungefähr stelle ich es mir vor. Hinterlaufen mache ich aus, weil wir haben noch einen Flügelspieler. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt fix die Flügel fokussieren, weil ich mir denke, wenn wir durchs Zentrum uns irgendwie kombinieren, ist es auch okay. Da gehe ich vielleicht mal standardmäßig ein bisschen runter. Da gehe ich mal ein bisschen runter. Ich stelle mal gerne am Anfang diejenigen, die den Kanal schon länger verfolgen, wissen, dass ich immer ganz gerne weniger ein. Und dann schaue ich es mir einfach mal in der Taktik an. Nach Ballverlust werden wir uns neu formieren. Wie gesagt, wir haben eher großgewachsene, träge, langsame Stürmer. Die werden dann nicht sofort versuchen, wieder drauf zu pressen. Nach Ballgewinn werden wir aber schon versuchen, dass wir schnell nach vorkommen. Und wir werden auch auf die Außenverteidiger abspielen. Vom Torwart her, das macht vielleicht auch Sinn. Das lasse ich hier jetzt einfach mal standard. Und dann sieht das soweit nicht so schlecht aus. Das werden wir dann, denke ich, im nächsten Part hier mal in Ruhe machen. Was wir jetzt noch machen könnten, ist die Vorbereitung zu planen. Und wir sehen hier, wir starten gleich mal mit dem Duell gegen HSV, dann gegen Kaiserslautern. Wie geil kann eine zweite Liga eigentlich losgehen? Davor Duisburg im Testspiel. Ja, können wir machen. Ferenc Varus aus Ungarn zu Hause. Schwarz-Weiß Essen und Wuppertal SV jeweils. Also die Tests finde ich eigentlich absolut okay. Das sind vier. Jede Woche einer. Und dann können wir theoretisch das noch so machen, dass wir für die zweite Mannschaft auch noch Testspiele ausmachen. Sind aber normalerweise eh schon eingestellt. Die sind halt auch immer samstags. Das ist ein bisschen doof. Aber so könnte man es grundsätzlich so machen, dass die dann nämlich auch zeitgleich spielt. Und wir dann halt Spieler verfügbar machen können. 12% Ultras. Sehr cool. Die Fans haben einen gigantischen Einfluss anscheinend auf den Vorstand. Meeting über Vereinsziele. Das haben wir vorher schon durchbesprochen. Ist alles für mich in Ordnung. Deswegen akzeptiere ich es gleich. Taktische Ausrichtung machen wir später. Saisonvorbereitung haben wir eh schon gesehen. Wir könnten theoretisch jetzt gleich den Fokus auf Taktik legen. Damit wir das alles auch wirklich gut hinbekommen. Verletzungen. Da sehen wir eh vier bis sechs Wochen Ralf Fehrmann. Ich hoffe, dass wir es dann wirklich schaffen, den vielleicht zu verkaufen. Saudi-Arabien wäre natürlich der Hammer. Irgendwer muss auch das Gehalt zahlen. Aber schauen wir mal. Kreimal ist natürlich richtig bitter. und Kozuki kommt auch relativ bald wieder zurück. Da sind auch welche interessiert an Leihe und Transfers. Da muss man überlegen, was das Sinn macht. So. Kaderregistrierung. Mindestens 15, maximal 99 Spieler. Mindestens 8, die in Deutschland ausgebildet wurden. Da haben wir derzeit 22 im Kader. Mindestens 4 aus dem Verein. Da haben wir 11. Und deutsche Spieler mindestens 12. Da haben wir 24. Also das ist alles kein Stress. Dann haben wir hier die Mitarbeiter suchen. die Suche nach Scouts, Physios und Co. Gut. Dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein für den ersten Part. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Projekt. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich hoffe, die Überraschung und die Vereinswahl ist geglückt. Und ihr seid damit auch glücklich. Und ich hoffe, ihr seid dann auch im nächsten Part wieder da. Ich freue mich drauf. Und ja. Ich freue mich natürlich auch auf eure Tipps. Und ja. Hilfreiche Kommentare. Bis bald. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020